Mehr als ein Drittel der Erwerbstätigen in Deutschland wird nach Angaben der Bundesregierung im Alter eine gesetzliche Rente von unter 1200 Euro erhalten. Das berichtete kürzlich die Augsburger Allgemeinung unter Berufung auf eine Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion der Linken. Demnach erhalten 36 Prozent der künftigen Rentner selbst nach 45 Arbeitsjahren maximal 1200 Euro Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Nach 45 Arbeitsjahren, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, nach 45 Arbeitsjahren gibt es dann maximal 1200 Euro Rente. Das muss man sich mal vorstellen. Daher fordert die Linke, wir brauchen eine Rentenkasse wie in Österreich. Denn dort ist die durchschnittliche Rente 800 Euro höher als in Deutschland. In Österreich ist das möglich, weil dort nicht nur Arbeitnehmer und Arbeitgeber einzahlen, sondern alle Bürger mit Erwerbseinkommen. Das bedeutet, dort zahlen auch Politiker, Beamte, Selbstständige und Manager in die Rentenkasse ein. Das, was in Österreich möglich ist, muss zwingend auch in Deutschland möglich sein. Denn ansonsten geht es weiter richtig bergab. Die gesetzliche Rente sichert heute schon nicht mehr den Lebensstandard. Und angesichts der galoppierenden Inflation wird dieses Problem nochmal massiv gesteigert. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schreiben Sie mir gerne mal unten in die Kommentare, wie Sie das sehen. Sind Sie auch dafür, dass alle, auch Politiker, auch Beamte, auch Selbstständige, in die Rentenkasse einzahlen müssen, um das Rentensystem zu retten? Ich freue mich auf Ihre Antworten. Wir sehen uns im nächsten Video. Ihnen eine gute Zeit. Tschau.